So, willkommen zurück. Nächste Folge Going Medieval. Ja, so heißt das Spiel. Was? Okay, wir müssen noch ein Dach machen. Und dann können wir die Schlafzimmer einrichten. Fertig. Sehr schön. Dann hölzerne Betten. Eins, zwei, drei. Dann kommen rein Lehmfeuerbehälter. Zack. Also einfach nur so einen Stuhl reinsetzen, sieht auch irgendwie ein bisschen seltsam aus. So, what? Ah, ich habe schon wieder kein Holz. Hör mir auf. Wie groß sind denn die Dinger mittlerweile? 30. Sind wir noch nicht ausgewachsen, wa? Ne, scheiße. Na gut, dann müssen wir hier wieder irgendwo Wald holzen. Naja. So, mittlerweile weiß ich gar nicht, wo ich holzen will. Weil ich die Natur nicht verschändeln möchte. Aber gut. Hilft nichts. Ähm, wir werden nochmal ein neues Feld setzen. Und zwar direkt mit Bäumen. So, wie bauen wir mal ein neues Feld setzen. So, wie bauen wir denn das? Ich könnte natürlich auch hier eine Allee bauen. Hier eine Reihe Birken. Oder ich setze die Birken hier hinten hin. Ja, komm, wir machen hier so eine fette Reihe Birken. Und das hier werden wir abreißen. Und die werden wir jetzt hier einfach... Komm, habe ich schon angefangen zu fällen? Ja. Wir reißen einfach die hier alle ab. Okay, den Minibaum kann ich gar nicht abreißen. Aber gut. So, den können wir auch wegholzen. Ja, der Minibaum wächst. Ist das eine Birke? Ein Feldahorn. Ja, kann sein, dass er trotzdem weg geht. Kinder forscht. Wir haben zehn. Ja, das bringt uns überhaupt gar nichts. Ach ja, scheiße. Ich muss ja mein Lagerhaus auch noch erweitern. Ach Gott, das muss ich auch noch machen. Ja, ich glaube, da werden wir nicht drumherum kommen. Ist das hier eigentlich... Was? Ach, hier liegt noch so ein Holzharnisch. Ja, hier sehen wir die Leichen wieder nicht. Das passiert ja immer wieder, wenn wir... ...neu laden. Dann sind die Leichen hier nicht mehr drauf. Aber jetzt könnten wir zumindest noch mal eine verbrennen. Das wird doch langsam Zeit. Essbar. Naja, Gemüseabfall. So, hier sind noch ein paar Lehmziegel. Ja, das können wir hier auch irgendwann mal einsammeln. Wir müssen sowieso uns mal dann die Vorräte angucken. Kalkstein. Leben habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Müssen wir vielleicht auch nochmal demnächst angehen. Ach so, den Zaun wollte ich auch noch setzen. Gott, ich habe so viel zu tun. Robert verbrennt erst mal wieder Leichen. Kohle, Hasche. Ah ja, okay. Also, die nächste Leiche wird verbrannt. Kinder macht irgendwas mit Kohle. Robert braucht, glaube ich, noch einmal Holz. Oder irgendetwas anderes, was brennt. Was hat er denn jetzt hier noch um? Ach, hier liegt ja noch Kohle rum. Okay. Und jetzt müsste es auch. Jawohl. Gleich wieder brennen. So. Akzeptieren. Naja, kannst du ruhig mitnehmen. Also, sehr schön. Jetzt ist mir die ganze Asche weg. Ach du Scheiße. Alter, wie viel Asche. Oh, ich muss meinen Müllhaufen irgendwo anders hinsetzen. Ach, Abfall. Ich schmeiße den Abfall jetzt mal hier hin. Dann müssen wir das mal alles hinter das Haus bringen. Also gut, jetzt wird sowieso erst mal schnell gepennt. So, eins, zwei, drei, vier. Was ist mit Kralle? Der Gärtnert. Ah, okay. Ja, also Bäume wachsen. Das geht. Ich müsste das hier vielleicht auch nochmal ändern. Das können wir auch nochmal abreißen. Dann können wir nämlich den Weg hier lang setzen. Und gehen hier am Haus lang nach hinten. Das können wir einfach schon mal setzen. Das ist dieser komische Weidenboden, ne? Ja. Weil dann würde ich nämlich hier lang gehen. Ja, und wie gesagt. Hier dann theoretisch. Dann können wir hier entweder übers Feld oder wir können auch alternativ hier lang gehen. Ich hoffe, dass wir später vielleicht noch ein bisschen mehr Dekoration finden. Genau, hier muss so ein... Achso, Tore gibt's gar nicht, wa? Ne, scheiße. Tore gibt's gar nicht. Hm, ärgerlich. So, vier Tage noch. Der dreift. Ja, der dreift ja alles noch. Karotte ist auf dem Lagerplatz verrottet. Wie warm ist es eigentlich hier drin? Acht Grad, ne? Ist aber gut. Also dafür, dass wir draußen schon 16 Grad haben, ist das akzeptabel. So, Robert macht die letzte Leiche. Okay. Und dann... Ja, müssen wir den ganzen Müll nach hinten schleppen. So, ich hoffe... Ja, gut, du musst jetzt einiges umher schleppen, ne? Naja. Ja, gut, Robert wird wieder beschäftigt sein. Der trägt aber sehr viel. Hier kann man theoretisch auch mal einen Weg nach hinten bauen. So, Zweige müssen wir eigentlich mehr als genug haben. Ja, 500 haben wir noch. Oder 600 fast. Zweige verboten. Gut, die spawnen ja demnächst alle. Ach, jetzt machen die erst draußen, die Dinger. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du erstmal die Betten baust. Ach, weil mir Holz fehlt. Mach mal bitte einen... Mach mal bitte einen... Machen wir einen Baum weg. Ach, jetzt habe ich natürlich auch das Problem, dass ich erst die neuen Birken anpflanze und dann die alten wegsemmel. Sehr gut, hier haben wir schon mal so ein Ding. Intellektstufe 9. Kinder. Warum forscht Kinder eigentlich? Ach so, weil ich ihr das mit der Fähigkeit gegeben habe. Na gut. Ja, sie levelt auf jeden Fall relativ schnell. Hast du jetzt da hinten den Baum weggemacht? Ja. So, und Queen Hilda macht bitte auch erstmal das andere Weg. Och. Keine Ressourcen verfügbar. So, Botanik Stufe 24. Na, das läuft ja immer hin hier. Wein wird auch produziert. Ja, Robert, der arme Mann, schleppt immer noch, aber immerhin ist die Müllkippe jetzt mal weg. Wie sieht es denn im Forschungsmännchen aus? 14. Naja, bald können wir das nächste machen. Wie sieht es denn eigentlich in unserem Lagervorrat aus? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch noch gut aus. So, hier müssen wir trotzdem noch mal ein paar Sachen wegreißen. In Abhängigkeit davon, wann die Dinger hier oben fertig werden. Ja, essentiell ist erstmal, dass wir hier die Baumfarm aufbauen. Hinten haben wir noch einiges. Zweig haben wir immer noch. 529. Okay, Essen haben wir noch genug. Normales Essen müssen wir noch mal nachlegen. Was ist jetzt los? Forschung verfügbar. Dekorative Banner? Nö. Dekorative Strukturen, das machen wir. Denn ich glaube, für beispielsweise die Küche, ne, da brauchen wir einen Herd. Mindestens ein Basis-Forschungstisch. Den haben wir, ne? Ja. Mindestens zwei Wanddekorationen. Was? Ne. Zwei Bücherregale. Hier eigentlich. Ne, Platz. Oh, stimmt. Den haben wir auch noch gar nicht gebaut. Das hier müsste das sein, ne? Tja, frag ihn noch was. Äh. Doch, ich glaube, so müssten sie richtig rum sein. Sie verdienen interaktive Aufbewahrungsstätte. So, und dann müsste das theoretisch eine Bibliothek werden. Kann nicht haben. Andere Arbeitsplätze, schreien oder betten? Naja, alles gut. Ja, die Küche, die braucht einen Herd. Mindestens ein Herd. Keramik, äh, Schlagbank ist sogar drin, aber der Herd ist nicht da. Kapelle. Oh, ne, zwei Kapellen könnte ich nicht bauen. Ja, große Halle ist vielleicht was für ganz später. Oh nein, jetzt ernten die hier die Dinger. Das gibt's doch nicht. Es tut mir nicht leid, ich muss leider erst mal das dritte Bett bauen. Und meiner Feldwirtschaft hat mir, glaube ich, ein richtiges Eigentor geschossen. Wobei, die ernten jetzt nur Karotten, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut, Wein wird auch wieder produziert. Ich schaffe Bauressourcen. Was machst du nur jetzt? Ah, machst du das erste Wandregal? Yes. Nein, baum ist Lungen. Oh, ich hoffe, er schafft es jetzt beim zweiten Mal. Oh, Tarnik Stufe 27, geil. So, und da kann ich jetzt auch Bücher aufbewahren? Sehr geil, Bibliothek. 132 Prozent. Chronik kaufen. und gerade was machst du denn was dinge fertig kann ich da jetzt bücher rein machen das ist nur dekoration oder bücher sind selten und wertvoll sie verdienen attraktiver bla 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 keramik kirche ja da kommen wir auch noch zu werkzeuge ich frage mich echt botanik schufe 25 ich frage mich echt ob die ich muss mal kurz gucken wo ist denn hier robot machst du hast du betest kannst du diese blöden chroniken woanders hin abreißen priorisieren holzboden 132 info ist mit stabiler struktur verbinden true structure maze deckungseffizienz das wird aber irgendeine möglichkeit geben wo ich was einlagern kann so forschung zwei möbel schilder forschung schwerter armbrüste es gibt wirklich nichts es gibt nichts wo ich das irgendwie einlagern kann es gibt nur diese lagerplätze und das quillte hier komplett über also ja es ist einfach komplett voll man schlafzimmer stellt sehr gut so dann gehen wir mal umweltbezogen hagel sturm ach so her kennen wir schon ich heiße das so ab so die bitte abreißen und dann ersetzen durch die besseren so ich hoffe dass ja jetzt ist e 23 uhr hoffe dass die leute jetzt alle reinkommen wein wird wieder produziert okay da hinten liegen noch ein paar sachen rum oder das ist weniger wild aber da haben wir einfach 700 okay robot ich hoffe dass ich morgen ach dann die ganzen schlafzimmer endlich mal fertig habe also ich brauche ganz dringend holz aber hier liegt etliches noch rum dass der bühne oder ich brauche eine zweite etage oben drauf es könnte ich nicht auch machen ich bau jetzt erstmal die schlafzimmer fertig und wenn ich das fertig gemacht habe ich hier eine zweite etage drauf dann wird das lager aus einfach noch mal erhöht ja dann müssen wir zwar das dach doch mal komplett wegreißen aber dafür passt das und dann können wir das hier ein bisschen aufteilen weil sich hier unten baumaterialien und oben kommen dann ja hier die ganzen ausrüstungsgegenstände vielleicht mal hin dieser kack bücher die bücher nerven mich eigentlich am meisten dass ich die nicht rauskriege macht ihnen hier eigentlich ach so ist jetzt erst mal geartner hat gärtner sie denn acht renten so noch drei freie felder ok sehr gut so da wird jetzt abgerissen und dann können wir endlich die neuen betten bauen zack zack die dinger sind aus jawohl wir können uns jetzt das ganze holz besorgen dann fliegen die kleinen mini betten raus und dann haben wir endlich unsere wohnung oder ja unsere wohnung unser wohnhaus fertig dann können wir uns jetzt den nächsten projekten widmen das wäre dann die erweiterung des lagerhauses das würde ich gern mit mit lehm bauen waren ja hier lehmwände lehm habe ich zwar aktuell überhaupt gar nicht am start aber lehm kann ich hier hinten wieder raus holen aus der erde so gut gerade macht das fünfte bett queen hilda ist gleich fertig gärtnern ok einmal aber passt schon so das kommt nein ach scheiße so heuschlafen nein baumslungen man kralle so schlafzimmer sehr gut ich würde immer noch gerne den räumen einzelnen leuten zuweisen statistik beschreibung ich kann auch gerade nicht sagen du bist hier chef von dem haus allgemein statistik statistik gesundheit inventar biografie ach kacke ja na gut ok wir reißen jetzt die letzte heuschlafstelle ab wege sind alle gesetzt so queen hilda ganz schnell dann haben wir nämlich jetzt auch die ganzen einzel schlafzimmer sehr schön so jetzt doch abreißen dann bräuchte treppe kommt direkt hier hin und boden holz holz ah das geht nicht da brauche ich einen balken ok müssen wir erstmal ein balken setzen und dann kommen die lehmwände oben ja außen auf so und als dach machen war lehmziegel ne kalkstein was hab ich denn hier für ein dach genommen ein weidendach na dann kommt hier auch wieder ein weidendach auf so ja kann nicht gebaut werden weil aktuell noch keine wände stehen sehr schön so dann holen wir uns mehr leben aus der erde nächste reihe ja ich denke das sollte reichen ach so habe ich eigentlich ja fenster ich auch drin kann man natürlich auch noch mal welche reinsetzen jetzt vergessen ok und hier kommen wir auch noch mal fenster einsetzen gut hätten wir auch eigentlich parallel setzen können ja hier nochmal wände reinsetzen ja brauchen wir aber auch die fenster ein bisschen parallel da hab ich nicht gebaut in einem abstand also so gut passt dann machen wir erstmal feierabend ich setze ganz kurz noch den zaun ah scheiße eins zu viel ganz kurz noch den zaun gesetzt und dann bin ich zufrieden so ich hoffe dass wir später vielleicht auch ein paar schönere zäune kriegen so soll erstmal reichen für heute dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten folge going medieval wir müssen lehm klopfen für die erweiterung unseres lagerhauses weil ja wir sehen es liegt naja noch nicht sehr viel aber einiges noch draußen rum und das ist nicht gut außerdem brauchen wir eh viel viel mehr platz von daher ist es glaube ich gar nicht verkehrt wenn wir hier mal eine zweite etage aufsetzen können wir theoretisch nochmal erweitern und zu einer dritten etage und nach vierten und fünften ein paar stufen nach oben können wir theoretisch noch gehen aber das dann frühestens morgen ich bedanke mich ciao tschüss und gearbeitet euch wohl bis morgen tschüss bis morgen bis später bis später